Laura Roge von den Vampirschwestern hat auch bei meiner Aktion mitgemacht. Sie hat sich von mir fotografieren lassen für die Aktion für Mathilda. Und ihr könnt das Bild von Laura ersteigern. Aber nicht nur das, sie wird sogar eigenhändig mit eurem Namen versehen und signieren mit ihrer Unterschrift nach der Versteigerung, die im Dezember stattfinden wird. Also, checkt meine Facebook-Seite, da wird es alle Infos geben. Checkt Lauras Facebook-Seite, gebt ihr einen Daumen nach oben, gebt mir einen Daumen nach oben. Und guckt einfach, was es Neues gibt. Und das Bild von Laura wird es sogar diese Woche noch geben. Also freut euch drauf, ist ein wunderschönes Bild geworden. Und hier noch ein paar Worte von Laura an euch. Ich bin Laura Roge, vielleicht kennt ihr mich von den Vampirschwestern oder von irgendwelchen anderen Filmen. Und zwar mache ich auch bei dieser Aktion mit, weil ich das eigentlich richtig cool finde. Das ist eine gute Sache, weil es gibt halt Menschen, die einfach nicht so viel Geld haben, die aber trotzdem Hilfe brauchen. Und wir probieren mit eurer Hilfe und natürlich mit unserer Hilfe natürlich auch, ja, das zu ermöglichen, die Delfin-Therapie. Und ja, ihr könnt ab Dezember das Bild von mir hier ersteigern, mit einer natürlich, wie name man das, persönlichen Widmung von mir. Und ja, die restlichen Infos werden wahrscheinlich auf der Seite stehen. Und ich hoffe, dass ihr da wirklich mitmacht, weil es ist echt für einen guten Zweck. Dankeschön! Na, zwei, drei, zwei, drei, zwei, fünf. Und ich freue mich! Untertitelung des ZDF, 2020